hey meine freunde willkommen bei coaching to go short version und wieder ganz kurz für euch ein mini coaching für dich ganz knapp auf den punkt was haben heute für ein thema spontanität was ist spontanität für dich wie kannst du spontanität erzeugen was passiert wenn du auf einmal dazu getrieben wird etwas spontan zu tun was ist wenn dir dann fehler passieren wenn du dich verhaspelt wenn du nicht mehr sprechen kannst was passiert dann in diesem spontanen moment du machst dein ding einfach das was du die ganze zeit schon trainiert hast was du immer schon dein ganzes leben dann angewendet hast kommt dann zum vorschein es sind die inneren kräfte die inneren fähigkeiten die du über deinen lebenszeitraum schon angesammelt hast die dich in den spontanen reaktionen deines vom außen erzeugten umfeldes zu dieser spontan aktion gebracht haben also sei dabei teile es mit der welt denn du bist ein spontaner mensch der immer dann reagieren kann wenn er es für richtig hält also nur zu dem moment bis dann denn denn es viel spaß teilleiten neben leben und kommentieren und wir sehen uns beim nächsten schwart einfach mal da schauen bis dann denn denn tschau tschau ja so geht das ne genau und kommt einfach mal in kontakt ja der persönlichkeit stammt sich gibt es auch noch bis dann daumen hoch für alle zusammen ja